Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Yilong Huang. Elektrofahrzeuge gewinnen immer mehr an Bedeutung und immer mehr Unternehmen möchten davon profitieren. Auch Unternehmen aus Taiwan gehören dazu, wobei viele von ihnen nicht unbedingt traditionell in der Autobranche tätig sind. Die Aktivitäten zweier dieser Unternehmen will ich heute vorstellen. Da ist das Unternehmen Datong ein taiwanischer Hardwarehersteller, der in Taiwan insbesondere für seine Elektrogeräte bekannt sind. Allen voran ein sogenannter elektrischer Topf, der zum Beispiel zum Erwärmen von Speisen benutzt wird. Doch inzwischen ist Datong auch in der IT-Branche tätig und plant nun den Einstieg in die Entwicklung von Software und Hardware für Elektrofahrzeuge. Das erklärte Datong-Präsident Cheney He, kürzlich auf einer Fachmesse für Elektromobilität in Taipei. Das Unternehmen sei schon seit einiger Zeit Hersteller von EV-Komponenten, insbesondere Motoren und plane, den Bereich zu erweitern und Antriebslösungen insbesondere für Busse anzubieten, sagte He. Datong ist seit 2006 ein Partner für EV-Motoren. Aber uns fehlt eine komplette Antriebsstrang-Lösung, sagte er. Unsere Zusammenarbeit mit dem Industrial Technology Research Institute zur Entwicklung eines Antriebsstranges trägt aber nun Früchte und wir haben bereits Aufträge für unseren 250 Kilowatt Antriebsstrang. Das Unternehmen entwickle auch einen 330 Kilowatt Antriebsstrang, fügte er hinzu. Datong hat Elektrobus als ersten Markt für die Produkte des Unternehmens im Auge, sagte He. Während der taiwanische Markt mit etwa 16.000 verkauften Einheiten pro Jahr klein sei, liege die weltweite Nachfrage nach Elektrobussen bei mindestens 2 Millionen Einheiten pro Jahr, erklärte er. Und Datong werde den taiwanischen Markt als Sprungbrett für seine globalen Ambitionen nutzen. Das Unternehmen plant außerdem, seine noch zu entwickelnden Antriebsstrang mit einem Busfahrgestell zu kombinieren und die Technologie zu exportieren, führte He aus. Nächstes Jahr hoffen wir, unseren 330 Kilowatt Antriebsstrang in Serie zu produzieren und ihn in kommerzielle Logistikfahrzeuge einzubauen, so He. Datong plant auch, in die Entwicklung von Software und Hardware für Elektrofahrzeuge zu expandieren. Man sei jedoch vorsichtig, was die Aussicht auf eine Massenproduktion in Taiwan angehe. Das Unternehmen könne sich stattdessen auf die Entwicklung von Komponenten im Inland konzentrieren und die Fahrzeuge woanders zusammenbauen, zum Beispiel in Südostasien, sagte He. Es wäre auch eine gute Gelegenheit für das Unternehmen, seine Präsenz in den südostasiatischen Ländern strategisch zu stärken, fügte er an. International wahrscheinlich bekannter und auch schon weiter als Datong, was den Einstieg in die Elektronikfahrzeuge angeht, ist Foxconn, einer der weltweit größten Hersteller von Elektronik- und Computerteilen. Wie der Chairman der Foxconn-Gruppe, Liu Yangwei, erklärte, erwarte die Gruppe bis 2024 in mehreren wichtigen Überseemärkten Elektrofahrzeuge zu bauen, da bis dahin der globale Markt für Elektrofahrzeuge weltweit dramatisch ansteigen soll. Im Jahr 2025 könnte der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen 20 Millionen Einheiten erreichen, was eine Vervierfachung gegenüber dem derzeitigen Stand von 5 Millionen Fahrzeugen bedeutet und einen Produktionswert von 600 Milliarden US-Dollar habe, sagte Liu in seiner Grundsatzrede über den Wandel und die Herausforderungen, denen sich die Elektrofahrzeugindustrie gegenüber sieht, bei einer Veranstaltung des Third Wednesday Clubs. Der Third Wednesday Club ist eine Handelsgruppe, deren Mitgliedschaft auf die 100 führenden Unternehmen jedes Wirtschaftssektors in Taiwan beschränkt ist. Verglichen mit dem traditionellen Markt für Benzinfahrzeuge, der etwa 100 Millionen Einheiten pro Jahr umfasst, bleibt das Wachstumspotenzial für den EV-Markt groß, so Liu. Nach dem BOL-Modell, also Build, Operate and Localize, arbeitet Foxconn mit dem Automobilunternehmen Geely Holding Group Corporation in der chinesischen Provinz Zhejiang und der PDT Public Company Limited in Thailand zusammen, dem größten Unternehmen des Landes, das im Gas- und Erdölgeschäft tätig ist. Darüber hinaus hat Foxconn Vermögenswerte des US-amerikanischen Elektroautoherstellers Lordstown Motors Corporation erworben und plant eine indirekte Zusammenarbeit mit einem deutschen Automobilhersteller, sowie die Suche nach Entwicklungsmöglichkeiten in Indien und südamerikanischen Ländern wie Mexiko, um bis 2024 von den weltweit aufkämenden Geschäftsmöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu profitieren, fügte Liu hinzu. Da Elektrofahrzeuge auf eine Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Batterie, einen elektrischen Fahrmotor und eine leistungselektronische Steuerung angewiesen sind, bietet dies der taiwanische Informations- und Kommunikationsindustrie, die in den Bereichen Software-Design und Halbleiterherstellung stark ist, einen starken Anreiz in die Elektrofahrzeugindustrie einzusteigen, so Liu. Tatsächlich ist Foxconn schon seit einigen Jahren in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen tätig und konnte Ende Oktober drei Elektrofahrzeuge vorstellen. Man hat große Hoffnungen für die Branche und rechnet damit, dass das Geschäft mit Elektrofahrzeugen in fünf Jahren einen Umsatz von umgerechnet etwa 30 Milliarden Euro für den Konzern erwirtschaften wird. In einem Gespräch mit Reportern nach der Vorstellung der drei Elektrofahrzeug-Prototypen sagte Liu Yangwei, dass Foxconn damit rechnet, dass das Elektrofahrzeuggeschäft frühestens im nächsten Jahr erste Umsätze generieren wird. Liu zufolge wird erwartet, dass sich das Umsatzwachstum im Jahr 2023 beschleunigt und die Einnahmen in fünf Jahren möglicherweise umgerechnet etwa 30 Milliarden Euro erreichen. Seine drei selbst entwickelten Elektroautomodelle stellte Foxconn während des Foxconn Tech Day Ende Oktober vor. Dabei handelt es sich um den sportlichen Geländewagen Model C, das PKW-Flaggschiff Model E und den Elektrobus Model T, die über das Joint Venture Foxtron Vehicle Technologies mit dem taiwanischen Automobilhersteller Elon Group entwickelt wurden. Foxconn fördert eine MIH Open Plattform für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, da Foxconn die Plattform als Android der Elektroautoindustrie aufbauen will, um den globalen Markt für Elektrofahrzeuge zu durchdringen. Bis Juni dieses Jahres haben sich mehr als 1680 Unternehmen der Plattform angeschlossen, darunter eben Foxconn und Elon in Taiwan, Bosch und die Continental AG, sowie Tech-Giganten wie Microsoft und Oracle. Leo sagte, dass die MIH Open Plattform ihren Mitgliedern neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen soll. Laut Leo werden SUVs auf der Grundlage des Prototyps Model C frühestens 2023 auf den Markt kommen, während PKWs auf der Grundlage des Model E, das gemeinsam mit dem italienischen Autodesigner Pininfarina entwickelt wurde, etwas später folgen werden. Vizepremierminister Shenlong Jin erklärte dazu, dass der Elektrobus Model T im nächsten Jahr in Gauchung auf die Straße kommen könnte, wenn er die Tests erfolgreich bestanden hat. Nach Angaben von Foxtron stammt das Designkonzept des Model T aus Taiwan und mehr als 50% der Komponenten stammen von taiwanischen Zulieferern. Ende September sagte eine US-Brokerfirma, dass Foxconn im Jahr 2025 einen Anteil von 5% am weltweiten Markt für Elektroautos erreichen wird, indem es einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar mit Elektroautos generiert, was dem Ziel des Unternehmens entspricht. Zusätzlich zu Foxtron kündigte Foxtron Mitte September an, gemeinsam mit dem staatlichen thailändischen Ölversorger PDT Public Corporation 1 bis 2 Milliarden US-Dollar in die Gründung eines Elektrofahrzeugs Joint Ventures in Thailand zu investieren. Und schon im Februar hatte Foxtron bekannt gegeben, dass es sich mit dem US-amerikanischen Elektroautohersteller Fisker Incorporation zusammengetan hat, um ein neues Elektroautomodell unter der amerikanischen Marke zu bauen, das im vierten Quartal 2023 in Serie gehen soll. Leo sagte, dass Fisker zwar über eine eigene Elektrofahrzeugplattform verfügt, er aber davon ausgeht, dass die amerikanische Marke die Nutzung der MIH-Open-Plattform in Betracht ziehen wird, wenn dies wettbewerbsfähige Lösungen für die Chassis-Produktion bietet. Leo sagte, das Elektrofahrzeuggeschäft sei so groß, dass Foxtron seine Elektrofahrzeuge auf regionaler Basis produzieren wird, unter anderem für die USA, Südamerika, Europa, den Nahen Osten, Indien, Südostasien, Ostasien und China, während es die gemeinsam entworfenen Auto-Chassis der Plattform verwendet. Die Diversifizierung der Produktion ermöglicht es dem Unternehmen, verschiedene Märkte zu bedienen und die Produktionskosten zu senken, sagte Leo. Der taiwanische Industriesektor kann nicht ewig als Auftragsfertiger für internationale Marken dienen, sondern muss Produkte mit Mehrwert auf den Markt bringen, um den globalen Markt zu durchdringen, unterstrich Leo. Er sagte, dass die intelligente Fertigung der Schlüssel zum Elektrofahrzeuggeschäft sein wird und da Taiwan in der Halbleiter- und Softwareentwicklung sehr kompetent ist, ebnet dies den Weg für eine wettbewerbsfähige Elektrofahrzeugindustrie. Wir werden die Bemühungen der taiwanischen Firmen in der Elektrofahrzeugbranche weiter beobachten und davon berichten. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.